ab bei diesen besten in der presse hey Leute willkommen zu der nächsten Folge von Rocket League und natürlich zusammen mit dem Flo wer hätt's gedacht magische Miesmuschel okay das war grad richtig so so keine Ahnung bisschen Veteran und Experte ja die haben halt mal einen Fehler gemacht ich mach auch Fehler aber dass die beiden einen Fehler gemacht haben ist schon lel übrigens Leute sollte ja ein Stream kommen es kommt auch bald einer ich probier's ich hab momentan echt bloß wenig wenig Zeit mein Terminplan ist voll ja ne aber wir haben echt viel zu tun das kann der Flo ja bestätigen in der Schule und ähm nein eine Sekunde zu spät ja ich hab irgendwie nicht gut aufgepasst sorry wie immer genau ähm auf jeden Fall kommen ja allgemein wenig Videos auf meinem Kanal geschweige dann noch ein Stream also ich ich probier's in nächster Zeit wieder anzumachen vor allem Rocket League wollte ich ja wieder mal machen aber ja es ist halt kritisch oh der hätte uns fast beide outplayed ne ne aber nur fast na lol ich hab grad Probleme ich seh nichts wegen dem seinem Nitro ja das war jetzt echt so voll in meinem Mull war nicht geil oh nein leh der Doppeljump hat mal funktioniert ja den kann ich aber nicht machen weil der da blockt oh voll voll oh nein aber er hat ihn eh abgewehrt lol niceee die spielen so behindert dass einer in meinem Tor bleibt alter so so bekommen wir kein Tor und die ebenfalls nicht ach fuck oh wenn du den gemacht hattest ihr habt den voll weggekickt lol also ich hab kein Nitro du musst jetzt hinten safen bis ich da bin nix leichter als das wer safet denn ich nein er hat mir das Nitro geklaut nein ich weiß schon fast schnell was war das nein ey das ist so ein Rotzner immer wenn ich schießen will blockt mich einer so lol was war das der hässlich oh nein ich hab kein Nitro nein hässliches Tor hässliches Tor hässliches Tor er ist nicht drin er ist aber noch nicht drin ha oh mein Gott gut was hat das ey die blocken mich immer mann alle wie die spielen ne ja das ist echt komisch aber das ist gar nicht mal so ne wirkt die ein Tor bekommen ne wir kommen ja wir kommen da nicht ey der hat mich mit Absicht gerade weggekickt was ist das denn für ein Assi für den gleich okay er hat mich mit Absicht übelst weggekickt weil ich den Ball sonst getroffen hätte die sind halt wirklich richtig was hast du denn gegen die die spielen zwar scheiße aber na sie sind trotzdem nicht schlecht weil es steht nur 1 zu 0 ich habe ich habe mich aber ich habe das Problem jetzt müssen wenn ich aber er macht es nicht gut wenn man das mal das echt sausau mega mega kacke gemacht lol was er wieder da an der Wand abgepöpelt ist ich probiere eine Vorlage zu machen aber er tatzt halt wieder ne er tatzt ich dachte der Ball spielt lol ja ne aber der ist ja oftmals kleidet der so an der Wand und dann kannst du ihm noch einen Schubser geben und dann kommt er in die Mitte aber diesmal ist er von der Wand weggetatzt war ne Vorlage für die Vorlage ja jetzt kann man den machen lol kann man halt echt lol war der geteambleed ach so du warst das nein du aber er war geteambleed ne ne aber du hättest ihn fast raus oder ich dachte da steht ja du warst das hier ich dachte ey wenn der jetzt reingegert nein ich wollte ihn ja so reinmachen so im Rückgang lol was laberst du denn heute in dieser Stimme alter ist dein Ernst ich bin hyped hyped auf morgen auf morgen bist du hyped ja was ist denn morgen so ja verrat haha oh ne also in diesem Spiel kann ich mich überhaupt nicht reinfinden ich finde die Gegner richtig schwierig ja ist so ich kann gegen die nicht spielen lass oder ja das war noch besser sauber aber ich finde es trotzdem echt schwierig gegen die Gegner zu spielen das ist echt kacke ich meine jetzt haben wir den Sack zugemacht das ist die Ironie denn 3-0 werden die wohl nie mehr aufholen aber gut haben wir auch mal geschafft ja Junge wir haben noch 50 Sekunden ich meine wir sind ja krass ne als ob die gegen uns drei Tore machen als ob die gegen uns ein Tor machen ja wenn du nicht aufpasst schon ne guck ja wow wie du den abgewehrt hast wow wow nein hat er nicht gemacht Alter wenn die gut wären hätten sie dann doch gemacht was war das jetzt Alter Alter alles ob ok ich bin raus Leute hä die haben die ganze Zeit gut gespielt und dann kommt sowas sie haben also das ist ganz ganz komisch die Leute sind echt ganz ganz komisch grad guck dir das an die sind ganz ganz komisch grad was ist denn mit denen ich versteh die nicht cool Leute was machst du denn schon wieder Hans Mele was ist denn mit denen die sind ganz ganz komisch grad ich kanns nicht oft genug sagen Alter ich kanns nicht oft genug sagen ich kanns echt nicht oft genug sagen aber was ist das die sind komisch was ist mit denen aus dem 1-0 wo ich dachte Alter gewinnen wir das oder wird das noch ein Unentschieden wird jetzt auf einmal ein 6-0 da stand ich halt jetzt angeweinkelt ganz ganz komisch ja guck dir das an was machen die ja nix vor allem ich hab jetzt mehr Punkte als du ja unverdient alle drei Tore in den Arsch geschoben genau er weiß die machen einfach nichts und du hoh lol lol ja du triffst halt das Tor am Ende lol oh schade wenn ich jetzt da gewesen wäre Alter hättest du das gesagt dass du den nochmal in die Mitte bringen könntest das wär so geil gewesen aber egal wir haben gewonnen mit komischerweise 7-0 und ich würd sagen nächste Runde so Leute nächste Runde ich kann übrigens hier mal ein paar Tore vom Floor einblenden oh mein du hast dich sogar nochmal berührt Alter boah war das sexy hier nochmal Boom Bam Touchdown Touchdown was dass der Flo zu hinten ist sein Tor mal hier einblenden ah da ist direkt das nächste Tor also da hat er mal richtig rein reingereckt aber ich fand die Runde nicht so krass deswegen nehmen wir jetzt die hier einfach auf komm Alter den kann ich machen alles klar warte ich komm das war so knapp ne an dem Pfosten was machen die was sind das eigentlich Semi-Profi und ja ist ein Profi kann ne Vorlage vielleicht werden ja bitte ja dann mach ich, pass auf wow ey das ist gar nicht mal schlecht nee wats ach du kacke was mach ich nur rückwärts halt du triff nix aber die Typen die sind irgendwie ganz kacke ja die standen einfach so da ähm was machen die jetzt? oh cool ein Tor so dunkel okay ey oh lol hä ich raff's auch nicht alles klar wie du den Outlet hast also die sind wirklich mega das war grad richtige Ballkontrolle von dir mega nice ja hier meine ich guck du hast den so hoch gehoben und dann auf deinem auf deiner Motorhaube balanciert so quasi ey nein ich wette die sind richtig jung keine Ahnung auf jeden Fall sind sie befreundet und spielen wie Kot ja Philipp Jäger 25 lass mal wow ich hab ihn nicht gemacht Philipp Jäger alter der hat fast ein Eigentor gemacht der andere stand nur im Weg Hilfe jetzt klappt der Doppeljump jetzt wo ich nämlich will was machen die denn alter lel es sind auf jeden Fall zwei Matches mit richtig guten Gegnern auf jeden Fall Bats ja vorhin die Gegner waren nicht schlecht aber die Matches haben mir nicht zu gefallen da hast du das eine Torwarte ich dich mua lel also die Gegner die äh was ist denn heute los die Läffen aber auch immer ja ist doch gut so und so ich finde das witzig weil das war so warum keine Parade ja doch natürlich ja es kam gerade ein bisschen zu spät Vorlage oder machst du ihn selber? keine Ahnung ich weiß nicht was du machst du den mach ich jetzt halt Lel mein Doppeljumpf hat nicht geklappt ich wollte dir klauen Lel Lel der Kickz hat mich übelzweck ja ich weiß nicht was sie so vorhaben in ihrem Leben aber was ist das wahr der kickt den übelst des Hasses weg ne nein der klappt der klappt mir jetzt nicht mal Nitro oh mein Gott alter ohne Nitro hier habe ich hier Craze abgewehrt ja der Typ darf ja auch durchgehen ohne Nitro oder einer warte nein ich brauche das Nitro ja habe ich ok ah schade das wäre so geil gewesen war zu zu low der Ball war zu high war zu high war zu high wie geht als ob ne geht nicht war mir nicht sicher ich muss den halt anschnübeln Vorlage was machen die Alter ich habe einen Nitro den mache ich jetzt nur ein Nitro ah scheiße nein das wäre so schick gewesen es wäre so schick gewesen ja ich habe ein bisschen rumgebrüllt grad ups die bekommen den Ball nicht mal los ne komm 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 ah nein jetzt sind wir beide da ja und er hat sich nicht mit oh lass oh Jesus Christ zum Glück hat er mich getötet danke ich hätte ihn auch gekriegt aber es war richtig richtig klos oh nein das war viel zu schnell oh tja ich war auf Zack nicht so wie die Gegner ne ja die sind ungefähr gar nicht wer den auch raushauen kann ah ne doch nicht 5 0 wir haben noch zwei Minuten das wird ein 10 0 oder ja das ist kritisch aber könnte man schon könnte man schon machen ne ja ich böller den hier einen nach dem anderen eigentlich müssen wir viel wir müssen viel mehr Tore machen gegen die alle ohne Scheiß ja ich böller halt als ob wenn du den jetzt mit dem Fallöx hier rein machen würdest oh nein er hat ihn aber abgefälscht ich böller einen nach dem anderen aufs Tor aber die gehen halt nie rein wenn man mal gewöhnt ist eine Abwehr zu haben hamsa ja guck mal was ich mach ich hab keinen nicht Scheiße ich erwisch den nicht ich glaub der geht aber ja oh er wehrt ihn ab ja wow der war ein kmh ab schnell der Ball ja das war schon ne herausforderung komm jetzt im in the middle oder du machst den selber oh mein ja doch doch 6 0 komm wir haben eine Minute wir haben jetzt eine Minute gebraucht für ein Tor das ist schon tauglich eigentlich ich mein im echten ja Fußball oder sowas ist es ja auch nicht so dass man nur weil der Gegner schlecht ist einen nach dem anderen rein böllert ja das sind aber auch mehrere Spieler aber da kann wenigstens einer von elf was lass oh mein Gott war das knapp ich hätte ihn nur anst... jies ja jetzt haben wir drei Sekunden für ein Tor gebraucht können so soll es auch sein ja ich王 in Prozent ucht Hushal Bar ein magisches ein hoch auf die magische Miesmuschel ich bin sowieso klar Wenn die es verkackt, mache ich ihn halt echt, aber er verkackt es nicht. Oh, jetzt kostet mir das Nito, man. Aber ich habe hier Nito. Komm, Tevin. LOL, was war das? Ich weiß es nicht. Wenn die ein Tor machen, lässt ich. Nein, ich kann eigentlich machen, was ich will. Was ich gerade gemacht habe, war echt komisch, aber es bringt sowieso nichts. Gut zu spielen, das ist keine Ahnung. Komm, zwei Tore, 30 Sekunden. Komm. Ja, ich komme. Oh, scheiße, ich habe ihn nicht gerade gebrochen. Ja, aber die treffen ihn auch nicht. Die werden ihn nicht. Nein! Oh, Leute. Nein! Ich bin so dumm. Ich wollte ihn mit Falldrecks hier reinmachen, ich bin so behindert. Nein, das war jetzt das 10-0. Das wäre das 9-0. Ach so. Das meinst du. Ja, mach. Nochmal. Lass. Lell. Komm, ja. Komm. Zwei Sekunden. Zwei Sekunden, du sagst das. Das ist easy. Alter, die Punkte. Du hast 1140, ich 1110. Ja, wir machen das jetzt. Der eine hat 40 Punkte, cool. Wir machen das jetzt, komm. Bitte gut ausborn. Na, das ist nicht so was. Ich mache ihn, ich mache ihn. Nicht am Boden lassen. Komm, mach, mach, mach. Nein! Du lässt ihn am Boden. Oh, fuck. Aber 9-0. Wir waren ja knapp dann. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war es von dem Part. Lasst mir das Video da, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, wir machen mal einen Stream. Bis dahin, haut rein. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.